Also ich glaube, die haben das Teil auch gefunden, was uns gefunden hat. Eigentlich wollte ich das nie finden. Ich mache jetzt mal den Motor an. Entschuldigung. Hier ist die Aloha-Station. Wir sind an alle Einheiten da draußen. Wo auch immer ihr seid. Denken immer an, Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Entschuldigung. Ja gut, der Typ ist ein bisschen tiefgefroren. Ja, Aloha He, sage ich da nur. Mann ist das schon. Also wenn ich mir den ganzen Schneemäher angucke, wird man ja schon vom Zusehen kalt. Also da geht es schon mal nicht lang. Auch wenn ich ziele, gibt es nicht. Da ist ganz viel Zeug, das sehe ich aber nicht. Warum soll ich das sehen? Das ist doch abwegig. Oder vielleicht ist das mein Plan, einfach nicht in die Richtung zu gehen, die ich muss. Könnte abwegig sein, aber man weiß es nicht. Ein bisschen zerstreut durch die Gegend. Irren ist ja auch was Feines. So, dann erstmal wieder rein da. Aufwählen und weiter geht's. Vielleicht habe ich ja jetzt auch den richtigen Weg geahnt. Ja, sieht gut aus. Oh ja, ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt. Aber die Kisten darf ich natürlich stehen. Das ist auch gut. Warum habe ich die Kisten nicht mitgenommen? Herr Gott, Mama, bin ich so blind, wenn ich zocke? Na gut, erstmal hier schöner Schneesturm. Fünf Meter über der Erde. Perfekt. Alua, hier ist die Alua-Station, oder wie? Das ist aber nicht so Alua hier drin. Da fand ich die anderen ein bisschen geiler. Na gut, vielleicht ist mal Strom anwerfen. Da kleidert irgendwas über uns drüber. Naja, was das wo ist. Bolas Kanone. Die Lausheit wäre da eine große Einrichtung vor. Ali. An der Wand bleiben. Da sind wir alle in diesem Sturm zertort. Ein Lebenszeichen. Zum Art gehen. Ali, bist du da? Da habe ich mir gesehen. Bist du in Reichweite? Das war Banking machen. So, anscheinend leben die noch alle. Nur, wir können nicht zu ihnen Kontakt aufnehmen. Das ist jetzt nicht so geil, aber besser als wenn wir alle tot sind. Und die Bolas Kanone können wir uns nicht machen, da fehlen uns einiges an Zeug. Vor allen Dingen, ja gut, alles. Zu wenig Wolfram, zu wenig Herbbleiter, zu wenig Altmetall. Ist auch nicht unbedingt... Achso, das ist nicht das, was ich gerade habe. Naja, gut. Was haben wir denn hier? Verzweiflung. Ja, das bin ich glaube ich gerade. Nicht Verzweiflung, sondern am Verzweifeln, aber... Mensch, was soll's. Upgrade Platin. Haben wir auch nicht zur Verfügung aufhauen können. Medi-Packs können wir uns herstellen. Vermittler war. Star-Suppei kann man nicht. Große Medi-Packs kann man nicht. So, um Save. Gut, jetzt sind wir in drei genug eigentlich. Medi-Packs. Aber ich habe schon vorgesorgt. Ich glaube, Munition haben wir auch relativ... ...viel wiedergefunden. Einnehmen lassen wir nicht auf. Aufzufahren ist immer geil. Passiert wenigstens nicht viel. Also bis jetzt war das jedenfalls ein Motorfahrer. Aber nein. Da unten ist was. Eine Upgrade Platine. Plus zwei Schaden, minus ein Feuererwarte. Das ist nicht so gut. Na gut. Was soll's. Oh! Uncool. Sehr uncool. Das ist weg. Ähm. Das war interessant. Aber eigentlich ist es auch schon viel zu ruhig jetzt. Ja. Das hätte ich mir doch weg gedacht. Das ist einfach zu ruhig gewesen bisher. Ich meine, das ist Dead Space. Und es war kein einziges Vieh hier unterwegs. Das ist 26 Grad. Das wird einfach zu dem Kühl jetzt langsam. Das ist auch gut. So. Wenigstens schlachten wir die Teile mit... ...Bravure ab. Aber wir nähern uns langsam doch einem kälteren Punkt. Den wir vielleicht nicht anstreben sollten. So unter 20 Grad ist glaube ich nicht so geil für den Körper. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen was an Autofakt. Ist gerade glaube ich nicht so geil. Nenn man schon ein bisschen erfriert. Also um dem... ...Krieg was anzugucken. Ja, da kommt man nicht rein. Sehr schön. Hm. Da ist nix. Er ist ein bisschen doof gerade, ne? Irgendwann musst du... Ah, da ist ne Station. Tür aufmachen, egal was kommt. Ich meine. Was soll's? Was ist das denn? Sucherpad. Hey, wir haben den Sucherpad zusätzlich bekommen. Immer gut. Hier ist die Aloha-Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lass mal schön an den Heizradiator stehen und die Temperatur wieder hochzukriegen. Mein Gott. Ist aber auch verdammt kühl, wenn man so nur noch... ...neute Grad-Körpertemperatur hat oder wie war's? 17? Ich soll ihm halt schon mal ziemlich wenig. Was ist das da? Ein Textlog. Private Samuel Ackerman. Keine Ahnung, ob ihr da drüben bei... Er ist neu, noch was in der Speisekammer habt, aber diese Verköstigungseinheit ist ziemlich klamm. Verstanden, Private. Haben ein komplettes Platoon hier, das durchgefüttert werden will. Aber es gibt nicht genug Essen. Was ist mit dem Lager? Da drinnen müssen noch... ...noch... ...ja... ...Rationen sein. Kommen Sie rücken Sie für einen hookingen Soldaten den Schlüssel raus. Sorry, Ackermann. Ska... ...Bloomley hat das Sagen über die Rationsverteilung. Ich bin mir sicher, dass er uns frische Vorräte schickt, sobald er kann. Bis dahin müssen Sie wie der Rest von uns den Gürtel enger schnallen. Ende der Aufzeichnung. Und ja... Ein bisschen knappes Essen anscheinend. Die da oben konnten anscheinend nichts mehr schicken. Ist verständlich aber auch. Waren ja auch keine mehr da da oben. Die irgendwie... ...so freundlich gewesen wären, um Proviant nach unten zu schicken. Kommen Sie gerade echt wie. Na, da kommt wieder einer angekrabbelt. Oder zwei. Sogar drei. Nachläufig ist unschön. Na, bin ich immer mit dem Tod immer. Da krabbelt sie ein bisschen für sich hin. Hm. Hier irgendwo hört sich an, nach einem Sucher-Bot sterben. Da haben wir ein bisschen was rausgeschlagen können an der Materialien. Hm. Hm. Und irgendwie müssen wir in dieses Gebäude da reinkommen. Um uns zu sterben. Aber das sieht ganz gut aus. Es sind verdammt viele von diesen Kack-Viechern hier unterwegs gerade. Da liegt noch irgendwas. Noch mehr Money, Money, Money. So. Ein Eingang. Da kommt irgendwas. Kann das sein. So. Einmal hässliche Viecher. Natürlich souverän hier einmal. Abgemorgen die Viecher. Und da ist auch schon mal kein Eingang. Da ist manchmal auch kein Eingang. Ähm. Folgen. Können die uns anscheinend zu beschreiben. Und die Körpertemperatur sinkt wieder runter. Natürlich. Ja, Eingänge weiß ich nicht. Ich glaube, das Gebäude braucht man keinen Eingang. Wozu auch? Man kann sich ja teleportieren, aber... Was weiß ich? Irgendwie Hoopporten oder... Aber Eingang? Nee. Warum? Völlig überbewertet sowas. Tja. Zieherfassung sagt auch nichts. Wird langsam knappe. 14 Grad haben wir noch. Können wir da rein? Sieht gut aus. Was haben wir denn hier Schönes? Ein... Schönes Häuschen. Aber da können wir die Temperatur auffrischen. Haha. Sehr gut. Was ist das da? Ein Tesla-Kern. Kann man nicht mitnehmen. Haben keinen Platz. Jetzt haben wir aber Platz. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ein Schneeanzug. Gut. Wir haben keinen Schneeanzug. Wird dann einfach ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Wir müssen ja eigentlich doch in dieses andere Gebäude rein. Aber wie? Und wo? Ich würde eigentlich sagen, dass man einfach da hoch springt und reinklettert. Aber das wäre ja zu abwegig eigentlich. Und hier gibt es auch unglaublich viele von diesen Scheißviechern. Das ist wie ein Nest hier. Da ist nichts. Und da ist auch kein Eingang. Temperatur ist schon wieder an einem, ja, stark feindenden Punkt. Da geht es nicht rein. Da geht es auch nicht rein. Da auch nicht. Ja, nicht wirklich. Ja, du musst doch da reingehen. So, ein bisschen wenigstens. Ah, da ist er. Ja, ja. Wenn man immer um den Eingang rumläuft, findet man ihn natürlich auch nicht. Ist jetzt nicht unbedingt so die Ideal-Demühungen für ein Problem. Aber ist ja immerhin, ne? Besser als nichts. Da liegt jemand, die ist ein bisschen kalt gefroren. Isaac! Denk nur zu mal. Hol mich der Teufel! Wo sind denn die anderen? Kein Problem, Junge. Der kommt gleich. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Schneeanzüge. Und im Keller könnten noch welche sein. Im Keller könnten noch Schneeanzüge sein. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche. Also haben wir, haben wir nicht nachgesehen. Das ist schlecht. Ja, dann muss ich da mal nachgucken. Marco. Tja, ich glaube, Marco ist jetzt Polo. Ist nicht mehr so gut. Kapitel 9. Vorwärts. Wegstation. Vorwärtswegstation. Ja, du schaffst das. Klingt beinahe noch so ein Football-Team. Yo, los, 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 los geht's. Wegstation. Los, 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 hier ist ne Bank. Und Kanister. Okay. Keine Ahnung, wo tut das gut ist. Konstruktionsbank. Ein Sucherbot ist schon da. Ein bisschen Zeug hat uns mitgebracht. Ähm. Ja, nein. Kein Tutorial. Ist mir bewusst. Ich möchte das nicht. Ähm. Können wir das hier wenigstens noch mitnehmen. Und da ein Arbeiten. Ähm. Ähm. Kann man das anbauen? Ne, so kann man das nicht anbauen. Ähm. Erweiterung. Stasehilfe brauchen wir nicht. Wir spielen nicht zu zweit. Ähm. Standardspitze. Da gibt's auch nichts Neues anscheinend. Ja, Tesla-Gern und so ist jetzt auch nichts, was uns interessiert. Das ist hier unsere kleine, ähm, also kleines, kleines Lieblingsgerät da. Tja, ich glaube, das finden wir nicht wirklich. Kompakte Streuung. Mhm. Nachlade-Dauer wird reguliert. Das ist jetzt nicht so das Gelbe von Ei. Standardspitze gibt's da nun. Kann man hier irgendwas bauen? Medizinische Hilfe, Stasehilfe. Ne, anscheinend ist hier auch nichts, was uns irgendwie von Hilfe sein könnte. Überwachungsladung eines Zeichenmessigen. Ey. Okay. Ermöglicht das Drehen des oberen... Naja, das ist uncool. Plasma-Kern haben wir hier dran. Also lassen wir das jetzt so entfernen. Ja. Puh. Erstmal schön mal rangehauen hier. Und da sind die Zahnräder. Gut, ich glaube, die Zahnräder... Da soll irgendwas... Läuft es uns an? Okay. Anscheinend nicht. Okay. Aber bestimmt später. Oh, das reicht schon aus? Ja gut. Aufzug ist wieder ein Betrieb. So, und dann... ...habe ich hier auch schon die Pause gemacht. So. Ja, ich muss mich doch mal entschuldigen. Dafür, dass ich so blöd war und einfach mal nicht auf die Aufnahme... ...Knopf der Audioaufnahme gegangen bin. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das ein bisschen nachsynchronisiert habe. Wir haben ein bisschen über verschiedene Themen gesprochen. Jetzt gegen Ende hin... Ja, puh. Ist mir jetzt auch nichts mehr so eingefallen. Aber... ...war ja nun mal eine Ausnahme. Ich meine... So. Von daher... Noch viel Spaß beim Angucken der nächsten Folgen. Und wieder mit Ton. Tschüss. Tschüss. Tschüss.